Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Testvideo bei Purextreme Germany. Heute stelle ich euch wieder eine Neuheit für das kommende Silvester vor, also für Silvester 2016-2017. Und zwar die fette Elke in der dritten Ausführung, die Volume 1 und Volume 2 habt ihr ja schon in früheren Videos gesehen. Auch diese hat natürlich wieder einen insgesamten Rohrdurchmesser von 90 mm, worin sich dann drei Schuss verstecken mit jeweils 30 mm, die dann auf Schlag zünden sollen. Die NIM bei der dritten Version liegt bei 48 Gramm und der Effekt wird so beschrieben. Preislich liegt diese fette Elke natürlich auch wieder zwischen 5 und 7 Euro. Und ob dieser Preis bei der dritten Ausführung der fetten Elke gerechtfertigt ist, davon macht ihr euch jetzt bei dem folgenden Testvideo mal selbst ein Bild. Meine Bewertung findet ihr wie immer am Ende des Videos und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Zündung. Wir haben uns getroffen, allein bei ihr Zuhause. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Boden raus.